Hilfe bei der Verhaltens- und Meinungsmanipulation. Zwei neue Einrichtungen sollen der Regierung bei der Verhaltens- und Meinungsmanipulation helfen. WHO-Mitglieder beschließen Resolution zur Manipulation der öffentlichen Meinung. Das ist Mind Control, sein Vater. Die werden immer mehr versuchen, unsere Gedanken zu kontrollieren, was wir sagen zu kontrollieren, die Meinung zu kontrollieren. Am IPB will man, Zitat, menschliches Verhalten verstehen, um Gesundheit zu fördern und das Klima und die Umwelt zu schützen. Ja, nee, ist klar. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf der Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Hilfe bei der Verhaltens- und Meinungsmanipulation. Hilfe bei der Verhaltens- und Meinungsmanipulation von Norbert Hering. Hering it in, man, Alter. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Jo, ich habe da eigentlich keinen Senf mehr dazu. Ich würde sagen, falls es irgendwelche interessanten Sachen von meiner Seite gibt, dann mache ich Stopp und kipp den Senf dann da rein. Däumchen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich mache einfach Outro, Bruder. Was läuft bei dir, Bro? Irgendwas läuft hier gerade nicht. Es ist so kalt draußen. Däum nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Da hat der Bruder einen kleinen Bug gehabt, kleine Hänger gehabt. Tagesdosis. Zwei neue Einrichtungen sollen der Regierung bei der Verhaltens- und Meinungsmanipulation helfen. Ein Kommentar von Norbert Hering. Getreu der in der Weltgesundheitsversammlung angenommenen Selbstverpflichtung, die Erkenntnisse der Verhaltenswissenschaften systematisch zur Verhaltensmanipulation und Meinungskontrolle der Bevölkerung zu nutzen, fördert die Bundesregierung projektbezogen zwei neue Einrichtungen, die diesen Zweck verfolgen. Okay. Das Behavior Science Connect Netzwerk und das... Was, was, was? ...Wichtungen, die diesen Zweck verfolgen. Das Behavior Science Connect Netzwerk und das... Behavior Science Connect Netzwerk. Oha, das hört sich schon richtig krass an. Institute for Planetary Health Behavior. Im Mai wurden per Resolution der Weltgesundheitsversammlung, dem Entscheidungsgremium der WHO, die Regierungen aufgefordert, mit verhaltenswissenschaftlichen Mitteln gegen sogenannte Desinformation in Sachen Gesundheit vorzugehen. Das ist nämlich der Deckmantel, unter dem die das verkaufen. Das ist dieses, was die uns verkaufen. Wir müssen diese Organisation und diese Organe einführen, weil wir müssen gegen Desinformation kämpfen. Das ist für euch. Das ist nur was Gutes, was wir für euch machen. Und wenn ich das Wort Behavior höre, dann denke ich immer an diesen, wie heißt der BlackRock, an diesen BlackRock Guy, Larry Fink, Forced Behavior, weil das ist genau das, was die machen. Die sagen das direkt in dein Gesicht. You now make a point of... That's an investment criteria for you. Well, behaviors are gonna have to change. And this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors. And at BlackRock, we are forcing behaviors. At BlackRock, we are forcing behaviors. So, aufentspannt, von Seite. Du musst, du musst Verhaltensweisen. Du musst das erzwingen. Und wir tun das. Die geben das zu und keiner sagt dir irgendwas. Und es passiert hat auf sehr vielen Ebenen überall in der westlichen Welt oder auf der ganzen Welt, global. Die Nachfrage nach Impfstoffen zu steigern. Dazu die Meldung auf norberthering.de vom 31.05.2023. Zitat. WHO-Mitglieder beschließen Resolution zur Manipulation der öffentlichen Meinung. Auf der Weltgesundheitsversammlung in Genf haben die Mitgliedstaaten eine Resolution verabschiedet, die alle Regierungen und die Weltgesundheitsorganisation WHO auffordert, die Verhaltenswissenschaften verstärkt und systematischer zu nutzen, um, Zitat, gesundheitsbezogene Fehlinformationen und Desinformationen, Zitat Ende, zu konterkarieren und die Nachfrage nach Impfstoffen sicherzustellen. Das ist Mindcontrol, sein Vater. Zitat Ende. Inzwischen wurde von WHO und Regierungen vielfach betont, dass Gesundheit und Klimawandel untrennbar zusammenhängen. Entsprechend wird das Manipulationsmandat der WHO auf Klimafragen ausgeweitet. Folgerichtig haben sich die von staatsnahen oder behördlichen Wissenschaftlern gegründeten neuen Einrichtungen auch gleich beides auf die Fahnen geschrieben. Die klimabezogene und die gesundheitsbezogene Meinungs- und Verhaltensmanipulation. Netzwerk-Verhaltensmanipulation Behavioral Science Connect stellt sich auf seiner Netzseite so vor, Zitat, Wir sind ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen und möchten mehr Sozial- und Verhaltenswissenschaft in politische Maßnahmen bringen. Für bessere Gesundheit für alle. Das ist ein fach-, disziplin- und ressortübergreifender Ansatz. Die Vernetzung kann helfen, bei neuen Herausforderungen von bestehendem Wissen zu lernen. Was können wir beispielsweise aus dem Gesundheitsbereich für Klimaschutzverhalten lernen und umgekehrt? Zitat Ende. Zitat Ende. Du kannst ja, weißt du, ich bin ja auch jetzt jemand, der sagt, der davon predigt, dass wir uns alle selbst verändern müssen. Aber es muss aus einem eigenen Willen herauskommen. Das heißt, du musst erstmal Bewusstsein schaffen, damit Menschen sich selber verändern wollen. Aber wenn dann so ein Blackrock-Motherfucker da vorne sitzt und sagt, wir müssen Verhalten erzwingen und wir müssen Menschen dazu zwingen, sich zu verändern, dann ist das genau der falsche Ansatz. Und daran merkst du, wie die einfach drauf scheißen, was wir wollen oder nicht wollen. Die sagen, wir erzwingen das einfach. Was du willst oder nicht willst, ist mir egal. Wir müssen das erzwingen, weil wir wissen besser, was gut für die Welt ist als ihr. Deswegen müsst ihr einfach nur zuhören und machen. Das Netzwerk bietet daher an, diese Veränderungen evidenzbasiert zu begleiten und die Gestaltung von politischen Maßnahmen und öffentlicher Kommunikation durch Expertise und Wissenssynthese zu unterstützen. Zitat Ende. Und die Adressaten wollen diese Unterstützung auch. Co-Organisatorin des Netzwerkes ist Prof. Julika Loss, die beim Robert-Koch-Institut den Fachbereich Gesundheitsverhalten leitet. Zweiter Organisatorin ist Prof. Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt, die während der Corona-Pandemie sehr eng mit dem RKI zusammengearbeitet hat und unter anderem die Befragungsreihe COSMO organisiert hat. Anfang Oktober richtete das Bundesgesundheitsministerium, dem das RKI zugeordnet ist, eine Tagung aus, die von Behavioral Science Connect, also von Beetsch und Loss, organisiert. Das wird immer krasser werden. Die gründen hier gerade neue Organe, neue Organisationen, neue Bereiche, wo Verhaltenskontrolle immer mehr im Vordergrund steht. Das muss euch bewusst sein, was das für uns bedeutet. Die werden immer mehr versuchen, unsere Gedanken zu kontrollieren, was wir sagen zu kontrollieren, die Meinung zu kontrollieren. Und es wird immer weniger zugelassen. Ich merke es doch jetzt gerade auch wieder. Die haben ein altes Video von mir rausgesucht, von vor zwei, drei Jahren, haben dann das gesperrt und haben dann gesagt, du darfst jetzt eine Woche keine Videos hochladen. Seitdem ich wieder Videos hochladen kann, wird jedes einzelne Video auf gelb geschaltet, sodass ich keine Videos mehr online stellen kann, sondern warten muss, bis die überprüft werden. Und die Überprüfung dauert normalerweise zwei bis drei Tage, die dauert jetzt bei ein paar Videos schon über sieben Tage. Das heißt, so Content-Creator wie ich, die unangenehm sind, die Dinge ansprechen, die vielleicht nicht mit deren Agenda einhergehen, die werden auf knallharter Ebene gerade überall bekämpft. Candice Owens, habe ich gesehen, wurde jetzt demonetarisiert auf YouTube und so. Also das wird immer heftiger und immer ekelhafter werden. Das ist ein sehr wichtiges, interessantes Thema, deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen und das ansprechen, weil wir werden irgendwann sonst in einer Zeit, wenn wir uns nicht dafür stark machen, auch als Zuschauer jetzt ihr, wenn ihr nicht diese Leute unterstützt, die sich noch trauen, ihre Meinung zu sagen und so. Und wenn ihr nicht da auch Alarm macht und laut werdet und unangenehm werdet, dann werden wir irgendwann in einer Welt leben, wo du nichts mehr finden kannst, was Anti-System ist oder was kritisch ist oder was irgendwie Anti-Establishment ist oder Dinge hinterfragt. Da wird es dann irgendwann keinen Zugang mehr zu geben. Darin stellten die beiden den eingeladenen Verwaltungsvertretern und Wissenschaftlern den ersten Bericht des Netzwerks vor, in dem sie fordern, mehr, Zitat, Sozial- und Verhaltenswissenschaft in politische Maßnahmen zu bringen. Zitat Ende. Cornelia Beetsch ist, wie berichtet, auf vielfache Weise während der Corona-Krise als Meinungsmanipulatorin in Regierungsdiensten tätig geworden. Zu den 47 angeschlossenen Beteiligten von Behavioral Science Connect gehören zum Beispiel die Nudge-Expertin Nina Helleberg von Nudge Concept München oder Miriam Jenny von der Universität Erfurt. Letztere war als frühere Leiterin der Propagandaabteilung des RKI. Zitat Risikokommunikation. Zitat Ende. Das heißt, du hast Dinge getan gegen deinen Willen. Das müssen sich die Leute auch bewusst machen. Auch die Leute, die sich alle impfen lassen haben, ist gar nicht böse gemeint oder so. Aber ihr müsst euch auch mal reflektieren und euch mal fragen, wollte ich das eigentlich wirklich oder wurde ich dahin kontrolliert, bis ich es dann irgendwann gemacht habe. Und ich sage dir bei 80, 90, bei 80, ich würde sogar 70 bis 80 Prozent der Menschen war das nicht, weil sie überzeugt davon waren, sondern weil sie dahin getrieben wurden durch Manipulation. Sie bezeichnete auch verantwortlich für eine hochgradig manipulative RKI-Broschüre zur Bewerbung der diskriminierenden 2G-Regelung. Institut für planetare Gesundheit Cornelia Beetsch ist auch Chefin einer anderen, jüngst gegründeten Institution zur Verhaltensmanipulation, dem Institute for Planetary Health Behavior. IP-Emprogerin ist Miriam Jenny. Beetschs Ehemann Tilman Beetsch, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie in Erfurt, ist ebenfalls Teil des Teams. Am IPB will man, Zitat, menschliches Verhalten verstehen, um Gesundheit zu fördern und das Klima und die Umwelt zu schützen. Zitat Ende. Am IPB will man, Zitat, menschliches Verhalten verstehen, um Gesundheit zu fördern und das Klima und die Umwelt zu schützen. Ja, nee, ist klar. Zitat Ende. Gefördert und erforscht werden soll, Zitat, klimagesundes Verhalten, Zitat Ende. Eine Erläuterung, was klimagesundes Verhalten ist, habe ich nicht gefunden, aber vielleicht versteht sich das ja auch von selbst. Das IPB nutzt den Begriff als Übersetzung von Planetary Health Behavior, was in enger Übersetzung ein Verhalten wäre, das mit Planetengesundheit vereinbar ist. Bruder, jetzt die Verstecken ist so hinter Begriffen, wo du dir denkst, what the fuck? Der Begriff Gesundheit wird so weit gedehnt, wie es nur geht. Da kann noch ein... Stark, Jungs, stark, Alter. ...es auf uns zukommen von der sogenannten Weltgesundheitsorganisation und dem sogenannten Bundesgesundheitsministerium. In diesem Monat beginnt ein dreijähriges, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt des IPB namens Uncertain Team zur Optimierung der journalistischen Kommunikation der regierungsseitig sanktionierten wissenschaftlichen Wahrheiten, an dem das Beitsch-Ehepaar Jenny und andere gemeinsam arbeiten. Lauterbachs Gesundheitsministerium fördert mit einer knappen Million ein ebenfalls dreijähriges Projekt des IPB zum Hitzeschutzverhalten der Deutschen. Hitzeschutzverhalten? Bro, ist arschkalt draußen. Deutschland hat kein Hitzeproblem. Auch das Robert-Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung... Hitzeschutzprogramm, what the fuck, bro? Und was für Gelder werden dafür verwendet? Wer hat das bezahlt? Sag mal! ...zu den Projektförderern des Instituts, das erst zu Jahresanfang die Arbeit aufgenommen hat. Trotz allem lässt Cornelia Beetsch unbeirrt wissen, ihre Forschung sei unabhängig finanziert, insbesondere wenn sie in einem sogenannten Faktencheck-Buch die Wahrheiten der Regierung, von der sie finanziert wird, gegen sogenannte Mythen der Regierungskritiker verteidigt. Und auch... Mythen der Regierungskritiker... Ihre umfangreiche Gruppe Behavioral Science Connect schreibt ganz ungeniert, Zitat... Wir sind unabhängige WissenschaftlerInnen und haben keine Interessenskonflikte, Zitat... Zum Glück war das nur ein Zitat mit dem Innen, aber der hat das schon ein bisschen Sarkasches... Also ich höre da ein bisschen raus, dass er das nicht fühlt. Wir sind unabhängige WissenschaftlerInnen und haben keine Interessenskonflikte, Zitat... Er hat das innen schon so gesagt, er hat das innen schon so gesagt, dass er sich denkt, bro... Ist ein Zitat, ich muss sie jetzt mit vorlesen, aber ich fühle es nicht. Obwohl viele von ihnen für eine Behörde arbeiten, RKI, eng mit Regierung und Behörden zusammenarbeiten und viele ihrer Forschungen maßgeblich von der Regierung finanziert werden, haben sie bei ihren regelmäßig sehr regierungskonformen Sagen angeblich keinerlei Interessenskonflikte. Ich würde denken, solche Falschaussagen fallen schon unter wissenschaftliches Fehlverhalten. ProfessorInnen, die regierungskritischer unterwegs sind, wird für weniger als das gekündigt. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Ich küsse deine Zirbeldrüse stark. Starker Report. Ist ein wichtiges Thema, mein Leben, Freunde. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu stumpf, ist jetzt hier nicht mystik Antarktis, irgendwelche crazy Geschichten, aber es ist halt gerade für mich auch als Content-Creator schon sehr, 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 sehr wichtig, dass wir da auf dem Laufenden sind, was das ganze Meinungsforcing angeht und dieses Verhalten zu erzwingen und Meinungen unterdrücken, Desinformation und dies, das, bla, bla, bla. Weil wir müssen halt gucken, dass wir weiterhin frei bleiben und dass wir noch das aussprechen können, was wir denken. Und ja, deswegen haben wir uns das reingezogen, um auch ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich liebe euch auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.